Mein Kopf zerplatzt gleich, mein Gdärms sind wie verflogen, mein Lungen hat Läscher, mein Herzbind ist gerade vom Zerrauben und mein Knochen lag. Ich bin erfragt, ich fall auseinander! Wozu kann man einen Arzt, wo man krank ist? Nicht krank, du Betonkopf, nicht krank! Sie sind krank, vielleicht länger als ich denke! Eine gute, reinigende, stärkende Mixtur, bestehend aus frischer Quassier und levantinischen Sennetern, Schalach mit nössender Hautausschläge und exzellend, er gut gerafft was! Eine Brustfellentzündung! Du glaubst nicht an die Sache, die seit Ewigkeiten und von allen Menschen treu in Ehren gehalten wird? Nein, mein Buch! Kann es etwas Lächerlicheres geben, als einen Menschen, der sich anmaßt, einen anderen Menschen heilen zu können? Ich war jetzt so überrascht, ihm so plötzlich hier überzustehen, dem Mann von mir nicht, dass er noch vertraut hat. Ich brauche einen Arzt als Mann! Einer braven Menschen, die sucht zwischen Ehegatten aus, der der Gesundheit ihres Vaters von Nutzen sei kann! Und dann fiel er auf euer Knie! Und dann küsste er ihre Hände! Oh! Und dann kam meine Stiefmama rein und dann lief er das an! Nur leider muss ich euch mitteilen, dass wir eurer Frau in eurem Testament nichts machen können. Ach nein! Nehmen wir doch nicht vom Geld! Ich flehe dich an! Äh, was meintest du? Wie viele bringen die beiden im Wechsel mit sich? 4.000 A und 6.000 A. Ich habe etwas gehört von dem Testament. Deine Stiefmutter, die hekt wieder so besartig Verschwörung. Gehe euch aus! Am besten wäre, wir hätten einen Doktor, der auf unserer Seite steht. balloonen! Und dann fiel kurz... es ist fast, es ist fast eine Stunde, dass ichFliem wollen... alle Augen... alle Augen! Ich warte gleich los 4 Jahre vor! Oh, mechane! toff! Was, weißt du, mein größtes Kummer ist, dass ich und ichippel, immer noch kein Kind von ihr halloaaaad. Was fällt euch aus unserer Familie? So der Block, um es zu beleidigen und immerhin zu treten! Es ist doch grauenvoll. So, du forderst den Kerl jetzt sofort zum Duell. Ach, das... Ich muss euch mal her. Leider bekunden, dass ich nicht umherkomme, von euch Satifaktion einzufordern. Papa, ihr habt mich getroffen und jetzt bin ich tot. Nur ein kleiner Einlauf, der geht ganz schnell. Du bist ja nicht ganz gescheit. Der Arm, der muss ab. Was, Affe? Gleich war auch nicht der uns ab und wollte dein blöden Baum mithilfen, muss allen A.A. Du, A.A. Ja, du bist doch richtig schlau. Auf Tugendhaftes Benehmen wird in den Haus gerolten. Geschissen! Mein Vater ist tot. Mein Vater ist tot. Der Arm! Nein, du Stoß! Nicht nur Konsequenzen, der Mann vorleihen. Ich darf nicht nur noch alles erzählen. Stoß von der Übersorbe. Ich liebe dich. Was für ein Hokus Pokus. Jeder denkt nur an sich und keiner denkt an mich. Du bist, mein du, ein Hickel und Ziegelt. Du blitzes Schammtuch. Das ist doch egal. Du kommst, denn du prädest. Du kommst, ich hab kein Wieskopp. Du kommst, ich hab kein Wieskopp. Untertitelung des ZDF, 2020